Servus und willkommen, Autotino Teilhard. Wir sind jetzt wieder raus und machen Mini-Mikro-Abenteuer mit dem Adventure-René. Altes Bordell, wer macht's noch? Los geht's, René. Geht nach Innofer, also. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kleines Bad. Da ist der Boden aber auch schwer weich. Der riecht nach Heizung drin. Gerade beim Vorbeifahrer entdeckt hier. Das ist ein altes Bordell. Aber schon gut abgerockt. Und deswegen mal schnell mit der Osmo Edge. Ohne Gippe. Einfach nur auf dem Selfie-Stick. Überall duschen. Ab dem Bad. Ja, war aber. Mini-Mini-Mikro-Abenteuer-Bordell. Oh, da hat einer. Da haben wir Köstlichkeiten gesammelt. Was ist denn da? Gut, ich will's gar nicht wissen. Ah, was am Start. Der Autotune. Herr René, habt ihr gesehen? Ich hab jetzt. Auf jeden Fall wie immer. Schon schwer weich die Bude. Schon schwer weich die Bude. Spiel, Spielzimmer. Ja. Ja. Pizzaofen. An die, die mir Damen die Pizza gemacht. Oh, hier, guck mal. Glitzer. Sehr schön. Das hier war das Blumenwiesenzimmer. Mit Holzoptik hier. Schön. Wie kommst du Vögel? Guck. Wie kommst du Vögel? Guck. Ach, schön. Auf jeden Fall hatten sie einen schönen Ausblick. So, jetzt sind wir am Ende von diesem Mini-Mikro-Abenteuer mit dem Adventure-René. Mini-Pikro... Mikro-Puff. Mikro-Puff. Das heißt nicht Puff. Das heißt Freudenhaus. Genau. Freudenhäuser. Freudenhäuser müssen raus. So, wir sind schon wieder im Auto. Mini-Mikro-Abenteuer zu Ende. Und wie sage ich zum guten Schluss. Abonnier, kommentieren und immer schön raus und machen. Und lasst ein Like beim Vene da und natürlich ein Abo.